oh hallo ist das hans wagner also ich wird schnell sein weil ich verstehe dass du musst da sehr sehr bald gehen ja ich möchte ich möchte fragen der hase in der bild auf internet mit der ist wem von wem der hasse das kann ich auch beweisen denn ich habe die ausstellungspapiere wegen der versicherung welche tiere ausgestellt waren und da ist es festgehalten wem das tier gehört diese person in der zeitung bin ich und das tier was dort abgebildet ist gehört dem erwin teichmann who would have thought the world of giant bunnies could be so controversial but as i left the fiercely competitive german breeders behind me i heard that both had been pipped in a giant stakes by a british bunny and on easter sunday at that ladies and gentlemen could we ask you to remain in your seats for a couple of minutes longer because we have a big surprise for you give a big round of applause for amy look at that okay me here we go oh my goodness she weighs an absolute tonne she's got to be at least two and a half stone maybe three this is a heavy old rabbit